So, herzlich willkommen zurück zu meinem Doom 3 Display. Wir sind jetzt in Central Processing und das ist Level 22. Ja, das zweite Part jetzt und ja. Hier haben wir ganz schön viele Insektenweiber. Und ja. Und wir wollten jetzt mal gucken, was sich hinten bei diesem Fahrstuhl noch zu entdecken gibt. Im Moment ist der Schwierigkeitsgrad recht, äh, ja, recht gut machbar. Nicht so wie Level 21 Ende. Nur mag ich eben halt diese Insektenweiber nicht. Weil sie einfach nur nerven. Da liegt nochmal wieder Shells rum. Einziges, was ich schade finde, ist, dass es jetzt schon wieder diese Marschstation ist, die wir eh schon zu Genüge kennen. Aber immerhin, es ist jetzt ein bisschen Hell-Einschnitt, also Höllen-Einschnitte hier drin und nicht konstant nur die Marschstation. Oh, scheiße. Verpistet. Verpistet. Dankeschön. Verpistet. Ne, das wär so nix. Das hab ich verschissen. Oh, ja. Das hab ich ja schon so oft erwähnt, dass ich diese Viecher nicht mag. Ich hasse sie einfach. Sie sind einfach grausenhaft. Grauenhaft. Ich hasse sie. Ah, wir könnten hier eigentlich die ein bisschen einsetzen, ne? Nein, die. Da ist was viel wenigstens tot. Werde ich mal hier speichern. Ach, jetzt kommen die Insektenweiber nicht, oder was? Ey, das ist doch nicht möglich. Das ist doch verarscht. Wo sind die jetzt, die Viecher? Alter, das muss ich jetzt echt nicht verstehen, oder? Diesmal kam dann keins... Wirklich... äh, keins... Kein Insektenweib? Beziehungsweise nur... Gar keins bisher, ne? Ja, nicht im Ernst. Ja, das ist doch Beschiss. Ähm... Das ist ja mal richtig unfair. Erst kamen so viele Viecher, diese Nährviecher, und jetzt kommen sie nicht. Kann mir das jemand erklären, warum das so ist? Ist das irgendwie zufällig, oder so? Dass sie mal kommen, und mal nicht kommen? Weil das finde ich sowieso komisch, weil, ähm... In einem früheren Level war ja auch eine Ecke, wo... Das erste Mal zwei Imps runterkam, und das nächste Mal nur ein Imps, und stattdessen hinter mir ein Zombie. Also irgendwie... Das ist echt mysteriös, das verstehe ich nicht. Vielleicht weiß das ja jemand, äh, ob das irgendwie zufällig ist, oder so. Weil, also das verstehe ich nicht. Na doch, ein Insektenweib war eben da. Doch, doch, eins war ja da. Das habe ich ja hier in der Ecke getötet gehabt, aber... Aber das war ja nur eins. Also, das ist echt, äh... Das verstehe ich nicht. Vielleicht weiß das ja jemand. Könnt ihr ja gerne mal in den Comments posten, ob ihr das wisst. Also, weil das wundert mich echt. Das muss ja irgendwie dann zufallsbasiert sein. Also, ich verstehe das echt nicht. Das ist irgendwie echt ein bisschen... Guck mal, jetzt kommt nur diese Viecher. Die Viechern finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Also, da fühlt man sich ja echt wahr schon im Spiel. Als, 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 wenn man... Als, als, wenn es mich tatsächlich ärgern würde mit den Viechern, ey. Ach, Moment. Jetzt weiß ich warum, glaube ich. Das Vieh spawnt ja auch Viecher hier. Das... Der hier hat die gespawnt, hundertprozentig. Ah, natürlich. Was erzähle ich. Garantiert wird es das gewesen sein, weil das Vieh kann ja auch... Ja, natürlich. Das war es auch. Garantiert. Weil, die Archivites können ja hier auch Viecher spawnen. Nicht so wie bei Doom 2. Bei Doom 2 konnten sie ja nur Viecher lebendig machen. Aber hier... ...können sie ja auch welche spawnen, so wie ich das... ...mitbekommen habe. Ja, ne, dann ergibt das doch Sinn. Ja, das habe ich eben nicht bedacht. So, habe ich jetzt auf der rechten Seite alles. Dann war es sogar genau richtig, dass ich den Archivite direkt getötet habe. Ah, das ist ja richtig fies von dem Archivite. Weil, ne, als wenn der Archivite das mit... Ach, du Scheiße. Wie gemein ist das denn jetzt gewesen? Der wird mir hier von so ein paar Spinnen hier plötzlich überrascht und total fertig gemacht hier. Ähm, ja. Das könnte mir gleich nochmal passieren. Wo kam die denn jetzt raus, die... Ach, bestimmt aus den Löchern da. Go rennen! Ah! Was ist denn jetzt schon wieder? Verpiss dich! Aua! Jetzt seid nicht schon wieder so eine Pest wie bei Level 21 anfangen. Oh! Ich bitte euch drum. Oh je, haben die mich verletzt, die Biester. Meine Güte. Das ist ja unschön. Ist hier kein örtliches Krankenhaus nochmal? Näh. Irgendwie... War hier unten nicht eins. Ich guck mal ganz schnell. Oder komm ich da jetzt nicht schnell hin? 33 helfen mag ich noch nicht unbedingt. So, mal gucken. Ja, natürlich hier... Ah, das ist aber schon aufgebraucht. Kacke! Näh, mal gucken. Hau mal hier noch eins hin? Ne, hier komm ich aber nicht zurück. Wo war ich denn jetzt hergekommen eben? Verfluchte. Ne, hier ist das hier... Kein Krankenhaus für mich. Hier war ich hergekommen. Also, eigentlich war hier noch ein Krankenhaus. Aber das ist natürlich auch ein ganz schön weiter Weg, wie ich merke hier, ne? Shit. Aber das hat sich gelohnt. Hier ist mich tatsächlich noch ein Krankenhaus und noch ein bisschen Legern. Aber mal ehrlich, so geht es mir schon besser als mit 33 Health, ne? Ich denke mal, das hat sich gelohnt, den Wegchen dann nochmal abzulaufen. So. Und das... Nein! Oh, nee! Das ist jetzt nicht im Ernst, oder? Oh, no! Wie konnte denn das jetzt passieren? Fail! Oh, nee! Und ich hab nicht gespeichert. Das kann doch nicht im Ernst sein. Oh, no! Shit, ey! Aber vielleicht komm ich dann ja diesmal ein bisschen besser weg. Oh, ich könnte mich ja wieder hassen dafür, ne? Scheiße! Ehrlich! Bin aber auch ein Idiot. Verzeiht's mir. Ach, ja. Aber. Vielleicht war es sogar gar nicht mehr schlecht. Und da hab ich das Krankenhaus da hinten noch in petto. Aber eigentlich war das nicht Sinn der Sache. Mark! Ey. Das ist echt der Hammer, wie ich hier gerade abfäle. Ey, das gibt's doch nicht. Okay. Na, hier ist Krankenhaus auf jeden Fall. Ja, gut. Mehr ist hier aber, glaube ich, nicht mehr, oder? Aber das war ja echt mal unnötig eben gewesen. Ist hier überhaupt noch irgendwie was? Das sieht irgendwie so aus, als wenn ich, ah nee, da war der Fahrstuhl, ne? So, trotzdem speichere ich jetzt endlich mal. Und ich möchte das Krankenhaus jetzt trotzdem noch ganz gerne holen. Aber wir sehen uns dann gleich hier vor dieser Tür wieder. Aber wir sehen uns dann gleich hier vor dieser Tür wieder, weil ihr müsst euch das ja nicht normal antun, dass ich den weiten Weg ablaufe. Also bis gleich. So, und da sind wir wieder. Hier, ich hab mir das Krankenhaus geholt, da lag auch noch fünf Negern oder was uns da gefehlt hatte. Und ja, nun kann's weitergehen. Sind wir ja besser, sogar besser von weggekommen. Aber das war echt Fail, ey. Wie ich da runterfallen konnte, das ist ja wieder typisch ich gewesen. So. Dann gehen wir mal in die dritte Etage. Aber letztendlich bin ich dadurch ja besser weggekommen. Und hier seid ihr schon gar. Fick dich. Oh. Solche Wörter will ich eigentlich nicht in unserem Mailing-Play sagen. Ah. Oh, ich hab so einen Hass auf die Viecher. Mann. Ah, es ist... Ich glaub, das ist doch ein wenig verständlich. Ah, es ist echt... Echt schlimm. Sie nerven ab, grundtief ab, die Viecher. Dass solche kleinen Viecher, ne? So viel scheißverdammten Schaden machen könnten. Naja, es ist... Wahnsinn. So kleine Mistviecher halt. Oh, was willst du denn schon wieder? Er hat aber getroffen. Aber bei weitem entspannter, als wenn ich jetzt... Nicht gedruckt gewesen wäre. Aber ich glaub, der hat mich getroffen. Ich weiß nicht, was ich jetzt schon hell vorher hatte. Aber ich glaub, das war vorher ein bisschen mehr. Aber es war dann wirklich echt minimal. Also bei dem muss man nur gedruckt bleiben. Das ist ein Witz. Ehrlich. Ja, gut. Dann ist hier nichts mehr zu holen. Da hinten wäre immer noch 20 Krankenhaus gewesen. Aber... Ich hab grad wenig Lust, nochmal zurückzulatschen. Naja, das kann ich eh laden. Jetzt bin ich nämlich tot. Ach. Falscher Stand. Hier will ich hin. So. Der sitzt... Der hab ich ne bessere Idee. Der hab ich ne viel bessere Idee. Dann krieg ich ihn auch. Ah, Manu. Ich werd's nie lernen, dass ich nicht mit F9 laden kann. So. Der sitzt also dahinter. Tod oder nicht tot? Das ist die Frage. Tod oder nicht tot? Das kann doch nicht sein, dass du die Granate überlebt hast, Freundchen. Oh, warum? Das find ich so kacke an Doom, dass er nicht auf F9 dann den Stand packt, auf dem ich zuletzt gespeichert hab. Das ist irgendwie total doof gemacht. Ja. Das kann der doch unmöglich überlebt haben. Das ist echt unfassbar, ehrlich. Oh, da spawnt der hier wieder. Ey, das ist doch nicht der Ernst, oder? Ist das echt... Ist da echt jetzt gar keiner da? Und erst taucht er da auf, wenn... Ist das echt so scheiße? Sieht wohl so aus, ne? Aber das ist ja ne Sauerei, ehrlich. Oh, wir können ja runterfallen. Tatsächlich. Das ist ja... Abartig, ey. Das ist ja echt abartig. Tz. Kein Wunder, dass das Vieh nicht gestorben ist. Okay. So, ich speichere auch noch mal. Also, es ist natürlich blöd, dass ich jetzt immer hier rumspeichern muss. Sollte ich da nicht ganz so oft machen. Ist ja auch ein bisschen nervig. Aber... Ich hab irgendwie nicht mehr so viel Hilf. Oh, no. Ich glaub das einfach nicht. Verfluchte. Das ist echt doof mit so wenig Hilf. Ich merk das. Hm. Oh. So, können wir mal nachladen. So, speichern. Das müssen wir speichern. Unser Helf ist rar gesät hier. Nee, das ist zu schade irgendwie. Jetzt sind die Imps hier auch weg. So, ein verfluchter Mist. Da kam der Sound noch. Ja, ja, ja. So, und speichern. So. Weiter geht's. Oh, oh. Boah. Ah. Und wieder tot. Yeah. Ach, das ist ja... Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh! Ah! Ah. Langsam wird's eng. Oh, na. Wo? Nicht hier schon wieder. Ich mag euch nicht. Was kann ich denn dafür, dass ihr so hässliche Weiber seid? Mann, nee. Dann bin ich doch auch nicht schuld. So, ich muss nochmal speichern. So, weiter. Oh, je. Ich mach das nicht mehr lange. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig laufen, weil... Wir wissen ja mittlerweile... ...dass jeder Schritt... ...eine Falle bedeuten könnte in diesem Level. Ach, das sind die Spinnunnen. Und wieder ein Hilfweniger. Yeah. Das ist richtig toll. Und irgendwann haben wir da Null herauf, ne? Oh ja, zum Glück, aber hoffentlich... ...kopflich ist das ohne Widerstand hier. Das glaube ich nämlich noch nicht ganz... Vor allem ist das ein Spinnenloch. Und die Musik gefällt mir nicht. Die lässt mich darauf schließen, dass hier gleich was passiert. Alla, ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. Ja, und das hat auch meinen Tod bedeutet. Supi. Ich glaube, da hol ich mal die Plasma raus. Es war so klar, dass ich da... ...dass das eine Falle ist. Haha, wie die Wechsel. Da ist ein Arschweil. Da ist ein Arschweil. Oh. Und ich kann nur nichts ficken. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Oh. Was mach ich denn da? Oh. Oh, 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 oh. Ein Arschweil. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, scheiße. Das ist hart. Gut, jetzt weiß ich aber schon mal, wo der ist. Dann mach ich das jetzt folgendermaßen. Ich werde jetzt die Soulcube in die Hand nehmen. Die dann mit den Arschweilen pläten und dann wieder zurückgehen und die Spinnen kaputt machen und den Imp und so. Das sollte eigentlich funktionieren. Das probiere ich jetzt aus. Das probiere ich jetzt aus. So. Stürmen, stürmen, stürmen. Ja. Zieh dich. Also speichern, speichern, speichern. Ha, 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 ha. Ha, ha. Hab ich jetzt meine Ruhe? Hab ich jetzt meine Ruhe? Bitte, 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 bitte. Ich hab jetzt meine Ruhe, oder? Ihr seid so gut. Oh, ich höre hier noch mehr Insektenweiber, glaube ich. Jo, nee, das ist eine Spinne. Ich glaube, da kann man jetzt auch mal wieder auf F5 speichern. Aber jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Hilfe. Oh, ha, 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 ha. Heilige. Scheiße, wie das jetzt abgeht hier. Aber das hat funktioniert, auf diese Art und Weise. Nein, nein, nein. Hetzte wohl gerne. Oh, meine Uhr, meine Uhr ist schon wieder zu Ende. Ah, egal. Was ist denn jetzt Spinne und was ist Leiche? Na, egal. Ich habe jetzt beides abgeschossen, so. So. Ja, gut. Dann werden wir jetzt gleich im nächsten Part, in Part 3 von Central Prozesse, gucken, was hinter dem schönen Storage-Locker drin ist. Ja, und sage somit, bis gleich.